Ich habe eine Frage an dich. Weißt du, wie alt du bist? Klar kennen wir alle unser chronologisches Alter. Ich werde bald 43. Aber die interessantere Frage ist, kennst du dein biologisches Alter? Das ist die viel wichtigere Frage. Viele von uns vergessen das. Du kannst zwar 43 sein, aber biologisch gesehen den Körper eines 53-Jährigen oder den eines 33-Jährigen haben. Was wäre dir lieber? Die Forschung hat gezeigt, dass zwei Menschen chronologisch gesehen gleich alt sein können, sich ihr biologisches Alter aber stark unterscheiden kann. An meinem 40. Geburtstag schaute ich in den Spiegel und war, offengesagt, wirklich sehr betrübt über das, was ich sah. Ich hatte einen Bauch bekommen, dazu eine kahle Stelle am Kopf, meine Haare wurden langsam grau und ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich alt werde. Ich hätte niemals erwartet, dass es mich so schnell treffen würde. Ich merkte, dass ich etwas tun musste. Ich war dabei, meine gesundheitlichen Ziele zu verfehlen. Ich konnte mich kaum motivieren, ins Fitnessstudio zu gehen, fand das langweilig und sinnlos. In Sachen Ernährung war ich undiszipliniert. Ich wusste, dass sich etwas verändern muss, denn wenn ich mir meine Kinder ansehe, weiß ich, dass die meisten Menschen heutzutage laut neuesten Daten 100 bis 110 Jahre alt werden. Das heißt, wir werden unsere Urenkel, wenn nicht gar unsere Ururenkel, kennenlernen. Die Forschung sagt, dass wir zwar länger leben und 100 bis 110 werden, aber das Altern nicht rückgängig machen können. Wir können also alt und klapprig sein, unfähig, unseren Körper vollständig zu nutzen und an einen Rollstuhl gefesselt sein. Oder wir können 110 werden und immer noch die Kraft eines modernen 65- oder 70-Jährigen haben. Wenn es etwas gibt, das ich für die Leute tun kann, mit denen ich arbeite, für meine Familie oder meine Kindeskinder, kann ich wirklich besessen sein. Also bin ich durch die Welt gereist, auf der Suche nach den besten Experten in Sachen Geist, Gesundheit, Wellness und Langlebigkeit. Ich habe Festivals zu diesem Thema veranstaltet, Apps entwickelt und von einigen der besten Köpfe gelernt. Und als es um Langlebigkeit und die Wissenschaft drumherum ging, stach ein Mann wirklich heraus. Sein Name ist Ben Greenfield. Ich ging zu ihm und trainierte mit Ben, beschäftigte mich mit seiner Arbeit. Bens Podcast wurde zu meinem Lieblings-Podcast. Ich möchte euch zeigen, was passierte. Man kann einen Riesenunterschied sehen, den ich durch Kurse wie WildFit, aber auch durch optimiertes Training, Langlebigkeits-Hacking und bessere Ernährung erzielt habe. Mir wurde klar, wie viel ich verpasst hatte und wünschte, ich hätte das Ganze schon mit 25 gewusst. Heute liegt mein biologisches Alter bei Mitte 30. Ich fühle mich viel energiegeladener. Meine Haut ist reiner. Ich kann besser sehen. Die grauen Haare verschwanden. Ich bekam schon eine kahle Stelle, was aufgehört hat. Ich kann nicht alles davon erklären. Aber es war, als hätte ich die Zeit um zehn Jahre zurückgedreht. Ihr kennt mich und wisst, wenn ich etwas entdecke, das Menschen helfen kann, möchte ich diese Idee mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Deshalb hat Mindvalley zusammen mit Ben Greenfield ein Programm für Langlebigkeit entwickelt. Viele denken, Altern sei unvermeidbar. Ist es nicht. Man kann seinen Körper radikal transformieren und das hat nichts mit einer Diät zu tun oder damit ins Fitnessstudio zu gehen. Was Langlebigkeit angeht, ist Ben auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Du wirst feststellen, dass es nur 20 Minuten spezifisches Training pro Tag braucht, um die Funktionsweise deines Körpers radikal zu verändern. Also zurück zu der Frage, du kennst bereits dein chronologisches Alter. Bist du bereit, einen Blick auf dein biologisches Alter zu werfen und es bis zu zehn Jahre zurückzudrehen? Um das zu meistern, möchte ich dir eine kostenlose Masterclass mit Ben Greenfield anbieten. Mach mit, schau dir mein Gespräch mit Ben an und lerne ein paar seiner besten biologischen, mentalen und metabolischen Tricks kennen, die er mir über das letzte Jahr hinweg vermittelt hat. Diese Dinge haben einen unglaublichen Einfluss auf mein Leben gehabt und ich möchte sie dir direkt von Ben Greenfield aus weitergeben. Den Link dazu findest du unten. Blüten